WGV, Sie sind eine Frau wie viele andere, die darunter leiden, wenn Sie so im Schatten des Mannes stehen. Das behaupten Sie immer. Also das stört es Sie nicht, ich frage noch mal nach, eine stumme, wenn auch attraktive Randfigur zu sein. Ja nun, stumm haben Sie jetzt auch wieder behauptet, Sie sind aber nicht immer dabei. WGV, Sie sind eine Frau wie viele andere, die darunter leiden, wenn Sie so im Schatten des